Santerm Wärmen wie die Sonne Das Infrarotheizsystem Gesund für Mensch, Tier und Haus Die Sonne Die Sonne lässt uns wohlfühlen. Die angenehme Wärme, gesunder Infrarotstrahlung hat eine angenehme und auch heilende Wirkung. Sie liefert Energie für alles, was in der Natur wächst und gedeiht. Sie spendet Leben. Ihre Energie, Infrarot, aufgrund ihrer heilenden Wirkung einzusetzen ist in der Medizin längst bekannt oder wird ja in Vitalkabinen erfolgreich eingesetzt. Santerm präsentiert als erstes Unternehmen weltweit die patentierte Lösung für das energiesparende Infrarotheizsystem. Mit Santerm sparen Sie 30% Heizkosten und bis zu 60% in Übergangsphasen. Wie das geht? Ganz einfach. Infrarot ist unsichtbares Licht. Wärme in seiner reinsten Form. Mit Santerm heisst es wohlfühlen wie in der Wärme der Sonne. Mit herkömmlicher Konvektorheizung wird zuerst die Luft auf, sagen wir 24 Grad Celsius aufgeheizt. Die Luft beginnt zu zirkulieren. Oben an der Decke hat man noch 24 Grad. Unten am Boden sammelt sich die kalte Luft. Wenn die Wände und Gegenstände im Raum erst langsam aufgeheizt werden, sinkt das Wohlbefinden. Es ist erwiesen, dass der Mensch sich bei 22 Grad Luft und 18 Grad Wandtemperatur beispielsweise viel wohler fühlt als bei 24 Grad Raum und 16 Grad Wandtemperatur. Dieses Beispiel wirkt kalt. Dieses Beispiel bringt Wohlbefinden. Die Wärmestrahlung des gesamten Raumes trägt also erheblich zu unserem Wohlbefinden bei. Mit Santerm, dem neuen energiesparenden Infrarot-Heizsystem, nutzen Sie auch diesen Effekt. Zuerst werden Wände und Gegenstände im Raum erwärmt. Alles im Raum strahlt dann angenehme Raumtemperatur ab und trägt erheblich zu Ihrem Wohlbefinden bei. Also, hier die Vorteile auf einen Blick. Santerm. Wärme wie die Sonne. Das energiesparende Infrarot-Heizsystem. Die Kosten. Sensationell kostensparend im Verbrauch. Einfach zu installieren. Geringe Installationskosten. Wartungsfrei. Ihr Wohlbefinden. Gesunde Infrarot-Wärme. Angenehme Wärmestrahlung aller Wände und Gegenstände im Raum. Wesentlich bessere Raumtemperaturverteilung. Ein rundherum Wohlfühl. Mit Santerm, dem energiesparenden Infrarot-Heizsystem. Und noch etwas. Dadurch, dass Santerm nicht über die Luft den Raum versucht zu erwärmen, haben Sie viel weniger Verlust durch ein kräftiges Durchlüften. Frische Luft und wohlig waren wie vor dem Kachelofen. Nur wesentlich gesünder fürs Geldbörsen. Apropos kostensparend mit Santerm. Großzügig gerechnet ist der Verbrauch im Kostenvergleich bei Santerm am besten. Wartungskosten gibt es bei Santerm gar keine. Denn genauso wie die Installation einfach ist, Santerm ist wartungsfrei. Aber das schlagende Kostenmodell kommt noch. Die Anschaffung. Wenn Sie sonst bei einer Gaskonvektorheizung mit 15.600 Euro rechnen mussten, streichen Sie sofort fast die Hälfte auf 9.000 Euro runter. Und Sie heizen zukunftsweisend. Innovativ und gesund. Gesund für Mensch, Tier und Haus. Lesen Sie dazu mehr in unserer Broschüre, auf welche Beispiele sich diese Zahlen exakt beziehen und reden Sie mit unseren Beratern. Mit Santerm sparen Sie Heizkosten ab 30% und in Übergangsphasen bis zu 60%. Wir heizen zuerst den Raum auf, Wände und Gegenstände im Raum und dann die Luft. Das heißt, Santerm erwärmt den Raum wesentlich schneller. Santerm. Das energiesparende Infrarotheizsystem mit der Wärme der Sonne. Gesund für Mensch, Tier und Haus. Und Haus? Wieso das denn? Ja, jetzt kommt's. Eine Tatsache, die Ihnen jeder Maurer bestätigen wird. Bei Santerm werden die Wände erwärmt und wärmen. Das heißt auch, sie werden langsam, aber sicher entfeuchtet. Der Effekt? Die Kapillarwirkung, die Isolierung, wird wesentlich erhöht. Und wieder spart Santerm Energie und Ihre Heizkosten. Und das mit der Wärme der Sonne. Deshalb gesund für Mensch und Haus. Reden Sie mit uns, wie gleichmäßig wir Santerm-Platten in Ihren Räumlichkeiten verteilen würden. Überzeugen Sie sich selbst von der Innovation Santerm. Santerm mit der Wärme der Sonne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017